ja das war ja ihr baum wo schon hinten wir sind wir wieder bei einer weiteren folge ist geil pvp kommst du bitte wieder mit items geben da ja Prozent Lernkampen und die Kronen und der Gäste ja der Kammer sehr viele Ärzte Action! Oh ja, ich glaube, ich muss irgendwie Essen kriegen. Ich habe vorher Essen weggebrochen. Nice! Es gibt ein paar. Was? Hier haben wir die Eisenwollung. Nimm dich, nimm dich, nimm dich! Okay. Hast du? Ja. Okay, komm, komm, komm. Alter, ich habe einfach zwei verzauberte Eisenschwerter gefunden. Was war deins? Mit Bahn und Rückschluss, gell? Ja, mit Bahn und Rückschluss. Und ich habe einen Bogen gefunden und Eisenschuhe. Das sind meine Sachen. Die Eisenschuhe sind deins? In deinen nicht. Und der Bogen. Und der Bogen. Das sind fünf Eisen. Komm her. Der Bogen gehört auch mir, gell? Den Bogen habe ich vorher gefunden. Okay. Das habe ich gefunden, dann hattest du noch ein paar Träcke. Nur zwei habe ich. Ich war nur zwei! Das sind aber alles deine. Du machst das? Okay, ich mach die zum Eisen-Safen. Wir machen nur viel Eisen-Safen, bis wir nicht voll sind, okay? Das ist nur reingelaufen. Pass noch Goldschule, nimm dir welche. Ähm, warte, komm her. Gib dir welche. Ich hab doch Eisenschuhe. Oh. Okay, egal. Bist du bereit? Warte, ich tue noch Goldstiefel in meiner Kiste. Der Kiste kalt rein. Okay. Okay, wir rennen durch. Oder wir werden auch zu meinem Ende. Du hast das Bandem-Stiefel. Und warte. Warte, bis die alle wechseln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drei. 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 Eins. Wende am Tisch. Wohin? Wohin? Ich bin mit den Eisenschwettern gespawnt. Oh fuck. Ich bin tot. Bist du? Tot. Okay. Dann kommst du meinen Eis- äh, kommst du den Eisenschwettern in die Ferse ran hier. Oh mein Gott, das ist jetzt alles noch nicht wahr. Alter Wurensohn. Ich hab jetzt einfach mit Holzschwettern, okay? Lol. Hab nen Bug. Hab zwei Holzschwettern gestapelt. Oh nee. Bist du? Keine Ahnung. Im Himmel. Am Spawn. Wir machen uns voll Eisenrücken dann mal, okay? Damit wir gleich wieder verlieren, wenn wir tot sind, oder wat? Ne, wir machen uns voll viel Eisen-Spawn. Mika, das heißt nicht, wir machen uns Eisen-Spawn. Alter, wie viel? Wie kann er mich töten, ne? Wir haben den Holzschwert und wir haben den mehrmals gehittet und davor wurde beäußern und von einem anderen geschlagen. Das ist doch Hex. Oh ja. Oder Manni? Oder Manni? Ist das so 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 Manni? Manni, warum nicht mehr Eisenschwärter? Eisenschwärter, Vater! Alter! Was der Wahren-Kind! Also, das war der wührende Kind! Ich habe auf dem reichen Och ja, geil! Ich habe was in Gollum geschlagen. Dass eigentlich ganz los sind. Ohne Eisenschwert hohe immer wieder, so kann man es nicht. Oh, Tari! 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 Ich habe alles genau das. Ich habe ganz viele Sachen gerechnet. Ich habe alles mit mir gezeigt. ich habe alles mit mir gezeigt. ganz ehrlich ich brauche als Schweter ein Rotschwerter also was für Ruhren, Kinder greifen uns an na na ehrlich, wenn uns an greift das nicht nett oder Colleen wenn uns an greift das nicht nett doch nicht so nett du schaust es nicht leider umzugehen ja bisher ein Ratschwerter ich bin klar dass er doch da kommt einer, da kommt einer, sagt mir wenn ich diese Zeugung mit dieser Krise hat angekühlt kommt immer noch wir haben die Kälte, nicht mehr, okay und das ist immer noch die Kälte ich wollte es nicht er ist zu Ende, ich bin ja bei dir in einem Schneebium ich habe ein bisschen schweiz wir haben einen Eisenruss gesehen und die Welt ich verpüß mich das ist nicht all in Heidelstein der Teckel aufnehmen nein doch nicht in der S aber es gibt ein wenig man hat 30 Prozent wenn man in die die Kölzer wird mal was auch ein Weg hier in der Umgebung ist das was auch von Leid mit dem Jahr weg damit schlägt damit zu tun hier in der Nähe bei den Sturm und Daubergeleitungen in der Nähe wir sind die Welt gestorben und das ist der Stärke der Gehäuser und direkt die Kanäle nicht haben in der Nähe wenn ihr kommt drüben auch Probe auch da hinzukommen. Schaff man das mit Slash Random? Nein, da ist so ein Schild über wo man ein Hotschwert kriegt. Ok, ich probiere es. Ok, wo bin ich, wo bin ich? Who am I, who am I? Nimm Schneebi um. Ok, dann komme ich gleich. Der macht die ganzen Hotschwert mal raus aus meinem... Die Winter? Ich kann ja... Ich esse einen Tranquart, einen Tranquart der Steppe. Ich esse einen Tranquart, Mann. Du isst ein Tranquart. Mika isst Tränke, what up? Eine Perle, ganz viel Zeug. Hol mir auf welche, hol mir auf welche. Ich brauche die selber. Ich war kein Sworn. Gib mir welche, gib mir welche, gib mir welche. Gib dir die Hälfte. Komm her. Warte, ich mach doch kurz die Holz weiter raus. Komm her. Komm her, Jan, komm. Ja genau du, komm her. Da. Du bist hier nicht, ganz klar. Das kann ich nicht, ich mach' SCHMID machen. Oh, noch. Oh, 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 hol rein. Oh, hol hin. Der muss deine mit Schneebellen, da darf ich mich schneebellen. Der muss mich schneebellen. Oh, du. Alter, deine mit roten. der Ehe der Berliner der Säher aber die Berichtliche Bezüge und warum hätte er nicht da was sie gemacht wird und erlangen aber nicht mehr Prozent 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 es ist die Waren als er sich gefunden viele aber es ist hier geht Mann ist nicht mal OP ey wir nehmen immer nur 5 mit immer noch 5 mitnehmen das ist der Weg zum Objektiv werden lass ich mal ein Essen ja nein, hier ist auch ein damit wir ein bisschen geliebt werden immer über die Stärke tränken stelle ich mal auslösch, mach auch kurz weiter und ich bin hä, bin ich irgendwie bei einem Vulkan? was ist das? ich glaube ich bin bei einem Vulkan oder? Wollt ihr beim Nähter? ich weiß es nicht warte, was gibt's hier? ja, Stärke tränke, das ist kein Nähter das ist doch nicht kein Nähter Mann, ich hab keine Eisensachen und alles Hörf, Hörf, Hörf hörf Hörf, Hörf, Hörf Hörf, Hörf, Hörf Hörf, Hörf, Hörf erstmal Tump Nils machen ich hab vorher schon welche rein gemacht aber ich wusste ich so genau dass wir da so lange warten muss und darum sind ihn jetzt nicht drin ich war jetzt Tump Nils nur bei den neuen Videos rein Das ist alles so dumm, weil da springt ein Eisenschwert hinterher. Ich habe auch versucht, das zu machen, aber das wurde dann irgendwie nicht angezeigt. Ok, ich habe schnell gern... Guck mal, ob das da ist. Ja! Oh, ich habe richtig viel! Nein! 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 Was hattest du? Ich habe auch einen Typ gesehen, der hatte so richtig viel Zeug! Einfach so richtig viel! Wie viel? Also wie gut war das? Keine Ahnung, der hat einen Kettenbrustpanzer. Aber ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich habe vier Eisen! Ich habe vier Eisen! Ich habe fünf! Ich habe eine Rose! Ich habe eine Rose! Ja, ok, freu dich! Ich kriege eine Rose! Scheiße! Nein! Wir werden stärker! Ich will zum Dschungel! Der Dschungel ist nicht! Der Dschungel ist geil! Der Dschungel schlägt an und an! Der will mich! Der will mich! Hör auf, du brenn, Mann! Ja, ich wirst du nicht! Bäume dürfen nicht brennen! Oder Colin? Doch, Bäume dürfen! Ah, nein, nein! Bäume dürfen nicht brennen! Bäume dürfen nicht brennen! Oh, Gilles! Nein! ein bestand ab und es hat ein wenig nexen kult auch st ein einsterben einlösen ja und mann der schweißer es gibt ich wollte gerade einen töten, hat aber nicht geschafft Alter, du wolltest auch mal welche killen, oder Collin? ja, ich bin schon wieder mit wir holen die paar Sterke jetzt rein, holen wir auch welche der Scheider! Moin! Das sind zwei! Scheisschen! Das ist gar kein Thema! Aua! Ich bin einfach verbrannt! Okay, ich geh mal wieder ohne irgendwas bewappnet und hol mir ein bisschen Eisenschutz! Kann aber immer umsonst ein Holzfeld holen! Ja, ich weiß! Scheiße! Hab angekühlt! Hab'n Bogen! Hab'n Bogen! Spiel macht so'n Spaß! Tom Neil! Ferra Tom Neil! Was ist? Fehlerdruck! Du bist gestorben! Zwei Minuten! Gut, gleich was war's! Okay, machen wir's mit der Folge, oder? Dann lass' mir so! Ja, das war's noch mit! Das war's noch mit! Der zweite Fall dazu ist geil! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ne positive Werte in der... Oh, die einen Daumen! Na, boh, wäre auch vielleicht ganz schön nett! Und Colleen! Nichts Abo-geil sein! Bin nicht Abo-geil! Doch! Naja, nicht Abo-geil, aber geil, John! Na, okay, gut! Was? Ich hab' gesagt, ich bin nicht Abo-geil, aber vielleicht geil! Oh, ihr kommt end! Ja! Scheiße, ich bin end! Ihr kommt von vorne hier! Und Leute, das war's, damit ist ein paar Ciao! Ich komm's zum Ende!